Nun wurde von Kompetenzzentren wie dem Berichterstatter Herrn Voss und anderen getönt, dass Uploadfilter ja gar nicht drin stünden. Was, bitte, frage ich Sie, sind dann technische Mittel? Lassen Sie mich mal ein deftiges Gleichnis ziehen. Wenn eine Kuh recycelt, ist es ein Fladen. Wenn ein Hund recycelt, ist es ein Haufen. Bei dem Kaninchen ist es ein Ködel und bei Pferden nennt man es Äpfel. Man kann es verschieden bezeichnen, aber es bleibt Kacke.